Herzlich willkommen, liebe 1000 PS-Fans, zum Test der neuen Yamaha MT-09 für 2017 auf Palma de Mallorca. Diese Veranstaltung war zumindest für mich von zwei Dingen besonders stark geprägt. Kein Gepäck und Dauerregen. Kein Gepäck war einmal ein großes Problem, es wurde nicht durchgecheckt, es blieb in Düsseldorf einfach stehen und ich habe mir gedacht, na gut, wurscht, dann kommt es halt gestern Abend. Es kam aber erst heute zum Mittag, wo wir natürlich schon unterwegs waren. Glücklicherweise haben die Yamaha-Leute ja für diese Masters of Torque MT-Linie auch eine Bekleidungslinie und die haben sie mitgehabt und ich wurde da halt gut und nett ausgestattet. Das hat einmal funktioniert. Ja, Dauerregen. Also wir sind weggefahren, es hat dann sofort zu regnen begonnen. Die Straßen waren so und so immer nass und erst jetzt, wie wir zum Hotel gekommen sind, eigentlich bei der Einfahrt vom Hotel ist es erst trocken gewesen. Also wir waren permanent auf Nässe unterwegs und da zeigt sich für mich eben, wie schon bei der Kawasaki Z1000SX, wenn ich mich im Regen wohlfühle, dann ist das offensichtlich ein wirklich gutes Motorrad. Und die MT-09 ist halt ein richtiges, schönes, gutes Naked Bike, das vor allem Spaß macht. Ich habe jetzt eigentlich mein Resümee schon vorweggenommen. Die MT-09 kam 2013 und jetzt einmal ein Update. Man kann nicht sagen, dass es ein völlig neues Modell ist. War auch nicht notwendig, hat sich erstens gut verkauft, war zweitens sehr beliebt und das wird auch so bleiben und das wird besser. Und ich möchte das Ganze, die ganze Maschine jetzt von vorne nach hinten, von unten nach oben aufrollen. Wir beginnen unten, einmal die Farbgebung, das ist einmal das Auffälligste, die grellgelben Felgen und die graue Lackierung. Das bleibt, weil das hat es bei der alten schon gegeben. Das finde ich einerseits cool, weil mir diese Lackierung gefällt, allerdings hätte ich gern gehabt, dass man da irgendwie vielleicht was anderes dann noch macht. Egal, schaut auch auf dem neuen Modell sehr edel aus. Wir haben eine Doppelbremsscheibe, eh klar, zwei 98er Scheiben. Bremse funktioniert ausgezeichnet, obwohl es heute nass war, habe ich jetzt nicht die arge Giftigkeit austesten können oder wollen. Aber das ABS, das nicht abschaltbar ist, habe ich sehr wohl sehr positiv wahrgenommen, weil es einfach nicht viel regeln musste, weil die Reifen ja auch ausgezeichnet funktionieren. Die Bremserei also einmal auch gut dosierbar, so wie man das möchte, auf einem Motorrad, das niemanden erschrecken soll, das aber doch eigentlich sehr sportliche Leute ansprechen soll. Ja, es geht weiter mit der Front, die meiner Meinung nach natürlich die auffälligste Neuerung ist. Und ich werde einmal ein bisschen rüber drehen. Ihr könnt es jetzt gut sehen. Das neue Gschau, für mich eigentlich die wichtigste Änderung an der neuen MT-09. Weil mir hat der alte Scheinwerfer nicht gefallen, der war mir zu bieder, zu fad. Und das schaut jetzt richtig gut aus. Mir gefällt das besser als bei der MT-10, weil die MT-10, die muss ganz arg brutal sein. Die MT-09, die darf aggressiv sein, aber doch auch ein bisschen elegant mit diesen geschlitzten Augen. Hier haben wir die Tagfahrleuchten LED. Die Scheinwerfer sind auch LED. In der Mitte haben wir das Abblendlicht. Und außen kommen dann noch zwei Leuchten fürs Fernlicht dazu. Es leuchten immer beide Seiten. Das ist jetzt, wie ich es schon erwähnt habe bei einem anderen Modell, leichter vom Stromverbrauch her zu managen, dass beide Lampen einfach leuchten. Früher hat man nur eine gemacht. Eine fürs Fernlicht, eine fürs Abblendlicht. Jetzt kann man beide brennen lassen und das braucht nicht so viel Strom. Das passt. Schaut jedenfalls ausgezeichnet aus. Dann gehen wir rauf, die Armaturen, beziehungsweise einmal den Windschutz. Der ist auf anderen Naked-Bikes meiner Meinung nach besser. Wenn jetzt wer hoffentlich sagt, was ist denn mit dem los? Es ist ein Naked-Bike, da hat Windschutz und so kein Thema zu sein. Ja, ist in Ordnung. Ganz eurer Meinung. Da ist die Yamaha MT-09 ein richtig gutes Naked-Bike. Aber wie gesagt, es gibt andere Naked-Bikes, die ein bisschen einen besseren Windschutz haben, weil das jetzt der Armaturen-Cluster ist ein bisschen nach vorne gerückt, um ihn besser im Blick zu haben. Die Anordnung ist nach wie vor so leicht versetzt aus der Mitte heraus. Das finde ich auch nicht schlecht, weil damit ist die Ganganzeige genau in der Mitte. Rechts davon die restlichen Anzeigengeschwindigkeit ist gut ablesbar. Drehzahlmesser leider digital und kaum erkennbar. Das wollen sie, glaube ich, einfach nicht. Sie wollen ein Display machen, das ist in Ordnung und der Drehzahlmesser ist dann aber Nebensache. Eine Anzeige gibt es aber auch für elektronische Features, die jetzt auf der MT-09 neu sind. Und zwar handelt es sich dabei um eine Traktionskontrolle. Die MT-09 bekommt jetzt eine Traktionskontrolle, so wie die XSR 900, das Schwesternmodell, das ein bisschen auf Retro macht, hatte schon eine Traktionskontrolle. Nun auch auf der MT-09. Sie ist zweifach verstellbar plus abschaltbar, also in drei Stufen einstellbar. Die Stufen 1 und 2 ist meiner Meinung nach sehr ausgeklügelt, weil die 1er Stufe ist die, die ich auch immer wählen würde. Ich habe sie auch heute im Regen verwendet, weil ich eigentlich eine schöne Fahrerei haben wollte. Ich würde auch trotzdem ein bisschen sportlicher fahren und da regelt die Stufe 1 nicht, wenn ich sie nicht brauche. Und erst wenn es ein bisschen ein Hopperla gibt, dann greift sie ein. Die Stufe 2 regelt sehr rigoros, also da hat man dann wirklich keine Chance mehr, Willis zu machen oder sonstige Sponpanadeln. Die stellt alles ab. Ausschalten kann ich sie, wenn ich sie nach Stufe 1, es ist ein Rauf- und Runterregler, wenn ich sie nach Stufe 1 länger runterdrücke. Das funktioniert allerdings nur im Stand. Mir hat ein Techniker gesagt, weil das auf die Tachowelle zugreift, funktioniert es nicht während der Fahrt. Also ich habe das probiert mit Leerlauf reingeben, geht nicht. Die Traktionskontrollstufen 1 und 2, die lassen sich aber jederzeit verstellen. Wir haben Driving-Modes, die hat es schon gegeben. Und es sind nach wie vor die Modi A, Standard B. A, der ganz scharfe, Standard der mittlere. Für mich auch die goldene Mitte als Empfehlung. Und wir haben den B-Modus, den ich nicht verwendet habe, jetzt auch im Regen nicht. Aber wenn man, glaube ich, noch eine Stunde im Regen heimfahren muss, man will jetzt nicht mehr auf Druck fahren, nicht mehr so sportlich, dann wird man den B-Modus reingeben, weil der reagiert relativ sanft und angenehm. Den A-Modus brauche ich aber auch nicht unbedingt, weil mir der ein bisschen zu scharf ist. Nach wie vor. Es ist noch einmal auf die Kundenwünsche mehr eingegangen worden. Und das finde ich ja ausgezeichnet. Das wäre ja ohnehin auch mein Kundenwunsch, dass der A-Modus ein bisschen entschärft wird. Und wenn ich wirklich im Trockenen auf vollen Angriff gehe, taugt mir der A-Modus sehr. Aber ich habe heute den Standard-Modus verwendet, wo die volle Leistung zur Verfügung steht. Wie viel das ist, darauf komme ich gleich zu sprechen. Aber, wie gesagt, mir reicht der Standard-Modus. Der A ist okay, der B, den brauche ich nicht unbedingt. Aber es gibt eben verschiedene Geschmäcker und mir hat eben auch dieser Techniker gesagt, es gibt schon Leute, die eigentlich der Ur-MT-09, der ersten Serie, ein bisschen nachweinen, weil die hatte ein, wie wir alle wissen, extrem scharfes Mapping von dem A-Modus. Und mit dem kamen viele nicht zurecht. Daher dann auf die Kundenwünsche eingegangen. Aber das sind mittlerweile gebraucht begehrte Modelle, wenn die nicht sozusagen abgedetet wurden, weil in die andere Richtung geht es dann nicht mehr. Also wenn ich mir das neue Mapping draufspiele, des sanfteren A-Modus, dann kann ich nicht mehr zurück auf diesen Ultrascharfen, den eben viele Leute auch gemocht haben. Ist ja nicht so, dass man immer nur was sanft möchte. Nun bin ich aber ohnehin schon beim Motor, weil mit sanft hat die MT-09 relativ wenig zu tun. Also sie fährt sich schon extrem angenehm und sie ist ein meiner Meinung nach richtiges Fun-Bike. Dieser CP3 oder eben Crossplane-Dreizylinder-Motor, der macht extrem viel Spaß. Also das ist so ein Triebwerk, wo ich mir denke, göttlich. Einfach göttlich und fantastisch, dass die Japaner sowas produzieren, sowas sich getraut haben. Dreizylinder sind nach wie vor relativ selten. Ein Japaner, der auf Tradition viel Wert legt, geht damit natürlich völlig neue Wege. Ich meine, es hat früher auch ein Yamaha-Dreizylinder-Motor gegeben, aber in der Neuzeit war das halt was ganz Besonderes, diese MT-09 mit dem Dreizylinder-Motor. Es sind nach wie vor 847 Kubik. Es ist jetzt auf Euro 4 getrimmt. Es bleibt aber bei 115 PS, bei 10.000 Umdrehungen, 87,5 Newtonmeter bei 8.500 Umdrehungen. Das ist was Scharfes, das ist was Gutes, das ist meiner Meinung nach und der Meinung vieler anderer nach auch ein Triebwerk, das viel agiler und viel schärfer funktioniert und geht, als es die Leistungsdaten sagen würden. 115 PS, das reißt jetzt mich auch nicht vom Hocker, aber das geht meiner Meinung nach wie so 140 PS bei anderen Motoren. Also es ist ein richtig gut funktionierender, antrittsstarker, agiler Motor. Die Mitte wurde optimiert jetzt von unten heraus durch dieses Ride-by-Wire-System von Yamaha schon länger in Gebrauch. Funktioniert das mit der Elektronik ausgezeichnet und der macht einfach Gaude und der macht Spaß. Und das ist herrlich mit diesem Motor zu fahren, in diesem Motorrad. Vom Gewicht her sind wir bei 193 Kilo fahrfertig. Das ist meiner Meinung nach nicht zu viel, das passt. Die Gewichtsverteilung auch, fast 50-50 vorne, hinten. Das ist ein sehr ausgewogenes Motorrad. Und ihr seht das jetzt auch hier. Ich habe auch schon eine Sitzprobe gemacht, wie angenehm man auf der MT-09 sitzt. Da musste sich nichts ändern, da musste sich nicht viel ändern. Man sitzt eher wie so auf einem Super-Moto-Stil, relativ aufrecht, hat den Lenker gut in der Hand und hat auch eben einen relativ breiten Lenker. Der normale Sattel, der ab Werk drauf ist, hat eine angenehme Länge zum Herumrutschen. Es gibt noch einen höheren Sattel, der dann noch mehr an so ein bisschen Super-Moto-Stil erinnert. Und es gibt auch eine Komfortsitzbank, die besser gepolstert ist, die dann vor allem für den Beifahrer besser gepolstert ist, der ja auf den meisten Motorrädern ein bisschen leiden muss hinten. Die Sitzhöhe ist um 5 mm gestiegen, auf 820 mm. Ich muss schon sagen, das merke ich jetzt nicht so sehr, weil ich setze mich drauf, ich drücke es dann eher ein bisschen runter. Aber das ist ein normaler Wert für so ein sportlich gestaltetes Naked-Bike, meiner Meinung nach. Ja, und ganz hinten hat sich auch was getan. Wir haben einen neuen Kennzeichenhalter, der nun nicht mehr oben am Heck montiert ist, sondern unten an der Schwinge, ein Aluminiumgebilde. Ich sage mal, es ist Geschmackssache. Mir gefällt der oben montierte besser. Es gibt im Übrigen dann knapp über 50 Zubehörteile sofort für die MT-09 verfügbar. Die Hersteller kommen immer mehr darauf, dass sie selber ja Zubehör anbieten könnten, dass sie nicht alles aus der Hand geben müssen, dass eben auch ab Werk dann umgebaut und ein bisschen individualisiert werden kann. Also es gibt einen hohen, meiner Meinung nach schöneren Kennzeichenhalter. Dieser hier ist aber ein bisschen extravaganter, der ist ab Werk angebaut. Was wir heute gemerkt haben, dadurch kriegt man schon ein bisschen mehr Dreck auf den Rücken gespritzt. Aber das sind so Sachen, das war halt heute so eine Besonderheit, die wir gemerkt haben, weil die Straßen auch ziemlich schmutzig waren. Ansonsten ist das nicht so schlimm. Heck auch stark verändert. Also die Rückleuchten, das schaut jetzt schon sportlicher aus, schaut besser aus. Mir gefällt die MT-09, die neue, um einiges besser. Sie ist technisch besser geworden. Sie hat da vorne bei den Scheinwerfern auch so kleine Winglets. Also das ist mit der Zeit gehend und das ist ein bisschen angelehnt vielleicht auch an die R1 mit ihrer sehr coolen, extravaganten Form. Also sie ist optisch extrem stark aufgewertet und technisch auch um einiges besser. Die Anti-Hopping-Kupplung funktioniert ausgezeichnet. Das habe ich jetzt auch im Nassen merken dürfen. Wenn man dann halt einmal auf eine Kurve hinbremst und fest runterschalten möchte oder das dann auch macht, dann macht das Hinterrad einmal gar keine Stempelaktionen, sondern das funktioniert ausgezeichnet. Ein cooles Gimmick, das auf der MT-09 eher der Sportlichkeit dient und weniger dem Komfort, ist der Schaltassistent. QSS, Quick Shifting System bei Yamaha genannt. Nur zum Raufschalten, nicht zum Runter. Macht aber nichts. Ist auch so schon ein Gimmick, das die Sportlichkeit noch weiter unterstützt auf der MT-09. Ja, also technisch verbessert, optisch um einiges verbessert. Vom Preis her wird sie sich nicht arg vom Vorgängermodell entfernen. Wenn sie euch auch gefällt oder es ist ja auch möglich, ich glaube es ja zwar nicht, aber vielleicht gefällt ja wem die alte besser, gebt es mir Kommentare auf das Video. Abonniert unseren YouTube-Kanal. Wir haben ja viele andere Videos auch. Ich habe ja eben schon vor einiger Zeit die neue Kawasaki Z1000SX als 2017er Modell getestet. Jetzt die MT-09. Es folgen viele weitere. Kollege Chaoth und Nasty Nils haben natürlich auch einige Motorräder noch zu testen. Haben schon getestet. Also bleibt dran, schaut unsere YouTube-Filmchen, unsere Videos. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.